ok solange mich keiner erwischt hoppla Droner Klaue Marks es muss sein es muss sein sein Nastige Schmerz in einen Droner was du weißt? Wow, unser Arsonist ist auch ein Charmer Smyth will mit dir sprechen Ich spreche nicht mit einem Non-Human Sons von B**** und Dwarven sind die Schmerzen 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 Das hatte ich mir auch gedacht. Gibt bestimmt Erfahrung. Okay. Ausweichen ist wichtiger als... Kann ich mich... Wow. Ich verliere in einem blöden Boxkampf. Boxkampf. Jetzt bin ich... Ich verliere in Boxkampf. What the hell? Ich kann... Ist das ein Witz? Ich habe gerade keine Chance, den im Boxkampf zu besiegen. Okay, versuche ich es mit dem Kontern. Oh, es klappt. Okay, also... Ausweichen, Kontern ist essentiell wichtig. Wow, ich brauche irgendwas, was meine... Knapp? Du! Und du, deine Mutter, für Jahre. Du hast einen Koffer-Kopf. Das ist wie du mir wiederholst. Ich habe genug. Hey, Soldat. Ein Minute von deinem Zeit, bitte. Nein! Willis, ich sage dir. Ich war krank. Ich wusste nicht, was ich zu tun. Ich habe gesagt, Herr Willis. Wir werden Sie wiederholen, nachdem die Reinforceungen kommen. Die Zettelungen wurden ordnetiert. Nichts, was das zu tun ist. Das hier ist der Arsonist. Ein Witcher hat ihn gefunden. Der Forge war wichtig für die garrison. Die Zettelung war es ein Sabotage. Keine Zettelung. Hier, nur ein Baum. Hopla. Die Zettelung war es. Aber es war es. Sie wissen, ich liebte die Zettelungen zuerst, wie alle anderen haben. Jetzt denke ich, dass sie nur eine Artur zu bringen. Die Zettelung über diese Zettelung. Aber das ist genug. Ihr Reward. Und, ich habe ein paar Dinge aus dem Feuer. Die Anbel ist noch leer, so ich bin sicher, dass ich etwas rauskuchen kann. Wenn du etwas brauchst, lass mich wissen. Ich gebe dir einen guten Preis. Gut zu wissen. Es ist jetzt halt die Frage, ob das die beste Lösung war, aber... Na gut. Na gut. So, wollen wir mal sehen. Secondary Request. Ah, Witcher Contract. Devil by the Well. Erst damit. Ähm... Ähm... Ich schaue... Place marks... Mach... 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 Wenn du mir bist... können wir die sonnenblumen auch ernten muss man sagen aber müssen ins haus ich dachte dahinter aber okay gehen wir mal ins haus und gucken nach ich muss keine türen mehr an sich öffnen das ist interessant der mich nicht sieht sollte alles gut sein vielleicht muss nicht darf ich auch keine wache sehen weiß ich bin mir nicht ganz sicher was sieht auf jeden fall aus das wäre beschäftigt okay wachen dürfen mich nicht dabei beobachten das das ist wachen wir mal sehen man sagt das ist das das ist es ist es ist es ist es ist 20 20 so warum du 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 Es ist nur jetzt. Und es lässt keinen Mann näher. Dieser Schuss, beschreib es mir. Na, es ist extrem gefährlich. Extrembar. Ich meine, was sieht es? Es sieht wie eine Frau, aber fresh aus dem Schiff. Sie hat eine schraubige Karte, mit der Karte, mit der Haut auf ihre Böse, und sie schreit wie sie es befreut. Hm. Oh. so to help for higher watch use amount using confirm credit metadata if he offers to high not push too hard and break off negotiations raise base rate bonus rate okay fangen wir erst mal klein an irgendwann kriegen wir dann ja ich meine gute darstellung gute darstellung aber vielleicht ein wenig dramatisch würde ich behaupten ja klar ist mein pferd kommt aus der völlig falschen richtung aber okay ouch ich gehe mal davon aus dass wir hier einen moment länger reiten ich kann wohl nicht mit Leuten reden während ich reite das sollte kein drama sein what the hell irgendwie kann ich das ding auch nicht für den weg entscheiden ich meine es hilft wunderbar den groben weg zu finden oder die pfade zu finden die zum ziel führen von daher ich sollte vielleicht absteigen auf fast travel destinations to travel to point mark und double click on er change filter click on arrow also turn on and off specific icons filter ah jo okay das das hat sich von selbst okay also könnte ich theoretisch per schnellereise dahin gehen keine langen wege wobei wir haben drei points of interest direkt vier vier points of interest fünf sechs sieben acht neun zehn alle in der umgebung dann kann ich einmal hier eine runde drehen die zwei zurückreisen vielleicht sollte ich dann erst noch mal das wird einen moment dauern kann ich das blocken kann ich das blocken okay okay das hilft mir überhaupt nicht gesehen davon dass ich die einschlag ein bisschen da haben wir es doch ja das ist nicht sicher ist nicht das ist das ist so das ist so das ist auch das ist das ist so das ist wenn das Ah! Wunderbar-Against! Wunderbar-Against! Wieso? Oh, deswegen! Die Frage ist... Wie kann ich irgendwas... Ah, shit! Hm... Okay... Die Frage ist... Wo waren nochmal die... Ah! Tab! Okay! Quick Access Menu... Station... Brauche ich nicht... Okay... Nicht zu nahe kommen... Achso... Okay, man darf hier nicht zu nahe kommen... Haben wir das jetzt auch belernt... Sieh mal da... Eine kleine Kiste... Oh... Ask... Read... Yellow Diary... Und er hat die Worte aus... ...und er ist hier... Ich bin der Traum-Village. Kind of, nehm ich malen. Was ist hier ansonsten? Ei, ei, ei! Weih, was... Ja, Fiolen! Oh, wie komm ich? Oh, natürlich! Irgendwie... So... Ah, falsche Taste... Vielleicht... Ah, ich kann wahrscheinlich nicht aus dem Fenster, aber ich kann hier irgendwie rüber springen... So unrealistisch, wie das auch scheint... So... Das stimmt allerdings... So... Wow... Hmm... So... 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 So...